In der sechsten Spielminute TOR! Für den FC Bayern München durch unsere Nummer 9! Robert Lewandowski! Neuer Stichstag! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Vielen Dank. In der 37. Spielminute, Tor für den FC Bayern München. Gutes Aufruf von Thomas Müller und dann der Torschütze, Liga-Ultere, Nummer 9, Robert. Er hat das Spiel. Jetzt aber quasi mit dem Halbzeit-Twist-Tor für den FC Bayern München. Tor für den FC Bayern München. Thomas Müller! Thomas Müller! Thomas Müller! Thomas Müller! Thomas Müller! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.